Vorbereitungen für diese schwierige Aufgabe sind ebenfalls abgeschlossen. Darum lasst uns keine Zeit verlieren und den ersten Schritt auf unserer gemeinsamen Reise zu begehen. Also lasst euch nieder und begebt euch in den Schoß dieses Wunderwerks der Technik und schließt eure Gurte, die euch unterwegs bei Turbulenzen und Unwegbarkeiten sicheren Halt geben und euch vor Schlimmeren bewahren. Und nehmt später das Brot, denn es ist das Einzige, was ihr bekommt und kostet auch den Wein, denn er kostet nichts. Viel Vergnügen! Applaus